Hallo und herzlich willkommen zu den News von SeaBattle, Tag Nr. 7. Ja, ich habe jetzt hauptsächlich nur noch kurze Nachrichten, da heute nicht wirklich was Spannendes passiert ist. Fangen wir mal an mit OverPvP HD. Die haben nämlich so gemacht, dass Overplate Items farmt. The Psycho hat Zuckerauer gefarmt. Die haben zusammen einen Zaubertisch gecraftet und sie verzaubern ihr gesamtes Equipment. Zumindest einen großen Teil davon. Und jetzt kommen wir zu Speed Snackerea. Der hat nämlich gleich zwei Parts hochgeladen innerhalb von 24 Stunden. Easy, kann man machen. Er findet Spawner und davon gleich zwei Stück. Er wechselt seine Base, geht an die Oberfläche, sucht einen Eingang zu der Höhle von Team Hirntod. Findet ihn aber nicht. Krebt sich wieder auf die Dia-Höhe, sammelt Erze und Diaz, läuft zum Spawn, baut sich an der Oberfläche eine Base. Ja, das war's für die News für heute. Ich sag's, schau bis zum nächsten Mal. Bye, bye.